hallöchen und herzlich willkommen ich bin der europas und wir spielen kistenkrieg in black ops 7 im gegner team ist der dogge das ist quasi mein mein gegenpart hier ne und dann habe ich noch ganz viele ganz viele andere die ich jetzt aber alle nicht erwähne ich kann ja mal kurz auf tab drücken so macht ihr kurz video pause könnte sehen wir alles dabei war ich habe das eigentlich ich hätte ja im normalfall alle vorgestellt mit namen aber da sich doch ein bisschen oft beschwert wurde mache ich das nicht mehr gut gehen getroffen wo bleiben meine kisten hier jetzt habe ich fast aufgepasst ach so ich habe auch was in meinem in meinen in meinen punkte serien habe ich nicht vergessen zu wechseln ich habe auch vorritte drinnen sehe ich gerade und ich glaube das ist der hellstorm aber ich bin mir jetzt sicher ich spiele das spiel einfach zu selten das jetzt genau sagen zu können aber das ist aber ein bisschen weit drüben christian du darfst die aber nicht mitnehmen die kiste ich habe es gerade gemerkt böser bubi böser bubi da ist meine kiste jetzt hast du mir ein auto geklaut und das kann ich euch höchstens eine drohne geben hier damit ihr mal seht ihr kriegst noch mal vorräte naja und christian finger weg so ok in der zeit wo jetzt hier ja ich habe keine wurfachs mehr ist schon ein bisschen schade jetzt kommt schon was schönes 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 dogge ich hab da was für dich tötete schön machst du das ja machte alle kaputt ich guck mir das hier von außen an ich bin da ganz oh hier sind es hier sind neue wurfachs besorgt hier da hast du gerade deine wurfachs drüber geschmissen ja schön läuft das so läuft das gut das gefällt mir was haben wir denn hier schönes und mal mitnehmen hier was haben wir denn da das könnte jetzt ein bisschen weh tun was 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 so ein bisschen weh tun könnte das einmal habe ich noch was auch ein bisschen weh tun könnte irgendeinen von deinen leuten orbital ftw weißt du und ich habe auch vorräte mensch das ist natürlich jetzt ein traum ach komm ich könnte ja welche abgeben von mir ich habe zu viel davon willst du meine vorräte haben hat es du schon mal vorräte das ist natürlich schade auch noch eine drohne aber ich sehe ich aber noch auf du ich habe jetzt schon meine ichste kiste hier auch die ist der hellstorm habe ich auch noch mensch ich weiß gar nicht wohin mit den ganzen scheiß kann sonst gehen also ich ich mache mal hier alle im hause mann ein paar habe ich getroffen so was haben wir denn hier ok ah nee die dinger will ich nicht haben eigentlich ich kann ja bald einen laden aufmachen ein kistengeschäft und eine kiste kaufen doch geht es dir gut ja ich komme ich hole mal ein bisschen entgegen hier ist gar kein problem für mich kann ich kann die machen und mein toaster stellen so ein bisschen sinnlos steht der jetzt hier rum aber ich könnte ja ich könnte aber auch umparken warte mal ich parken warum stehen wir hier oh oh man ey du kannst doch den toastmann nicht töten aber jetzt kriegst du jetzt wird er hier alter sieht denn hier alles so rum so ich habe jetzt endlich mal vorräte geholt hier so ich würde mal sagen ich schieße mal hier ein bisschen wahllos rein treffe ich vielleicht auch irgendwas hier ja endlich hier hinten sind noch ein paar schöne sachen ja ich komme gleich ich komme gleich gucken ich will nur ein bisschen hier ein bisschen hier meine scheiße rum sprühen oh das ist ja toll da nehme ich doch mit dogge dogge wie sieht es denn aus bei dir ist gut du ich habe hier ganz viel krempeln und ich weiß nicht wohin damit ich komme bei uns sammeln gar nicht mehr vernünftiges und doch hat feindliche vorräte hast du vorräte das war es nicht noch konnte auch snipen und ja was von winter was bringt dann macht das ja wenn du gut snipen kannst dann snipe nein dogge ja du ich weiß auch nicht aber irgendwie ich hab so viel abschüsse ergeben ich weiß gar nicht wohin damit ich hab so viele kisten guck mal was jetzt kommt eine schnelle drohne so ich helfe dir mal ein bisschen ne das ist ja schlimmer als bei tino du das ist also was auch nicht irgendwie mal kurz gucken hier ach je ach je dogge ja du dogge ich brauche nicht viel machen dogge ich weiß gar nicht mehr was ich erst machen soll hier aber ich renne dir jetzt sogar noch entgegen ich schaue noch mal hier noch dinge raus hier so ich sprühe mal kurz da rein so jetzt ist alles wirst du alter guck mal hier hab so viele kisten hier willst du eine abhaben da musst du mal herkommen ich habe ganz viele kisten alles frei haus mensch hallo was haben wir denn hier nehmen wir auch noch mit komm so dogge dogge hier happy birthday noch ein geschützt für dich dogge dogge ich habe zu viele kisten hier willst du mir nicht eine abnehmen dogge dogge da steht ein geschützt dogge ey du darfst nicht so weit vor roxas ich war gar nicht so weit guck mal ich renne dir total sinnlos rum jetzt stehe ich sogar mitten im bild jetzt könnte er mich einfach töten ich stehe ganz doof rum und ich kann nichts tun doch jetzt kann ich ja was tun dogge warte ich noch mal die kisten dort hinten liegen noch ein paar warte mal dogge dogge ich habe da wieder was für dich ich habe da jetzt noch mal was ich komme zu dir ja noch mal unterwegs hatte hier war mein toster hinstellen hier oder mehr alles für den euro hier oder da drüster mann 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 warte mal dogge ich muss hier noch mal was holen hier was haben wir denn hier oh dogge jetzt wird brutal dogge da konnte drohne dann siehst du nichts mehr dogge du musst immer was sagen mensch ja alter dogge du ich wo meine kisten sind alle weg ich habe keine kisten mehr hier oh ich hab die kiste dogge hier ich schick dir mal ein kleines Flugzeug dogge warte hier dogge ich hab da noch was warte mal ich muss mal hier kurz schießen habe irgendwas getroffen oh ja du dogge ich hab da noch eine kiste warte mal Leute bin ich auf dem pakistan dogge happy birthday dogge da macht es jetzt gleich ach ganz viel tote das tut mir echt voll leid jetzt dogge oh mann dogge den nehm ich mir noch auf jetzt hier also 10 sekunden noch es steht aktuell soll ich das echt vorlesen 56 zu 1 dogge du der eine war mit dem wurfmesser du dogge du ähm ich glaub das wird schmerzhaft dogge ja so das war runde 1 ja wie es weiter geht und ob der dogge das ruder noch rumreißt ja das seht ihr in der nächsten folge haut rein bis denne und tschüss und dann wird es wieder auf dem um 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 Vielen Dank.